Okay, danke schön. Also erstens muss ich sagen, dass im Judentum haben wir zwei Abteilungen, orthodoxes Judentum und progressives Judentum und ich gehöre zum progressives Judentum. Also die Meinungen, die Sie von mir heute bekommen, sind, sie gehören zum progressives Judentum. Ich werde auch etwas über orthodoxes Judentum sagen und erzählen, aber hauptsächlich kommt es vom Standpunkt des progressives Judentums. Und der größte Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden ist, dass im progressives Judentum haben wir Frauen als Rabbinerinnen und das haben wir im orthodoxen Judentum eben nicht oder noch nicht. Es gibt hier und da, es gibt einige orthodoxe Rabbinerinnen, aber ich glaube, dass bis jetzt arbeiten sie noch nicht in Gemeinden, also sie sind noch nicht, sind nicht wirklich von der orthodoxen Gemeinde anerkannt. Aber hoffentlich kommt das auch. Ja, das ist genauso wie in verschiedenen Teilen des Christentums. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert im Islam. Und ich freue mich schon darauf, dass ich etwas hören kann über diese beiden Religionen, die ich wirklich nicht sehr gut kenne. Obwohl ich in einem Land lebe, wo wir nominal sind, sind die meisten Leute hier Church of England, aber ja, das bedeutet nicht, dass sie eigentlich christlich sind. Also, im Judentum gibt es eigentlich keine etabliere Formulierung von Glaubensprinzipien, die von allen Zweigen des Judentums anerkannt werden. Es gibt, wir hören unterschiedliche Sachen im orthodoxes Judentum und in Reform- und in progressives Judentum. Und was man auch sagen muss, dass Reform-Judentum, also Reform-liberales, progressives Judentum existiert, jetzt seit 200 Jahren. Und als wir mit Reform-Judentum angefangen haben im früh 19. Jahrhundert in Deutschland, da haben wir auch mit orthodoxes Judentum angefangen. Weil orthodoxes Judentum kommt als Reaktion zu Reform-Judentum. Vorher gab es kein orthodoxes Judentum, obwohl es viele Spaltungen auch vorher gab. Zum Beispiel, wir haben chassidisches Judentum im Vergleich zu Leuten, die gegen chassidisches Judentum gestanden haben und so weiter und so weiter. Judentum fängt an als eine hebräische Religion, eine israelitische Religion zur Zeit der Bibel. Zur Zeit der Bibel ist Judentum auf Israel und auf Jerusalem basiert, weil in Jerusalem gab es ein Tempel, zwei, eins nach einander. Und Gott sozusagen wohnt in diesem Tempel. Gott lebt in diesem Tempel. Und deshalb, wenn die israelitische Religion, sind Leute zum Tempel gekommen. Im Jahr 70 wurde der zweite Tempel zerstört und viele und die Juden wurden von Israel weggeschickt. Es gab auch viel, also die Hebräer, die Israeliten, nicht die Juden. Sie wurden von Israel weggeschickt durch den Römer. Und dann konnte man nicht mehr sagen, dass Gott existiert nur im Tempel, weil es gab kein Tempel. Die Juden waren, die Israeliten waren nicht alle im Land Israels oder Kanan, wie es in der Bibel noch hieß. Und sie müssten sich Judentum, ein neues Konzept finden, für was Judentum geworden ist. Und das ist eigentlich rabbinisches Judentum. Das bedeutet, wir haben kein Tempel, wir haben keine Priester mehr. Zu Tempelzeiten waren die Priester, sie gehörten zu einer Familie, zu einem Stamm. Und es ging vom Vater zu Sohn und so. Danach, nach der Zerstörung des Tempels, haben wir keine Priester mehr. Und wir haben stattdessen Rabbiner. Und Rabbiner sind Rabbiner geworden, weil sie studiert gehabt haben, weil sie etwas gelernt haben und weil sie unterrichten können. Weil ein Rabbi bedeutet, jemand, der unterrichtet. Und wir haben verschiedene Rabbiner. Wir haben Rabbiner im Land Israel, die noch dort geblieben sind. Und wir haben Rabbiner, der andere große Zentrum des Judentums und des Studiums war in Babylonia. Dort gab es große Akademien und wir können den Unterschied zwischen den beiden sehen, weil zum Beispiel in dem Talmud, das ist eine sehr wichtige jüdische Quelle, haben wir die Rabbiner, die in Israel leben, nennen. Sie würden Rav genannt und in Babylonien Rabbi. Ja, heutzutage in Englisch nennen wir alle Rabbiner Rabbi. Aber in Israel nennen wir, und Rabbi bedeutet Männer und Frauen, weil es gibt keinen Unterschied bei diesem Wort. Aber in Israel haben wir Männer, die nennen sich Rav und Frauen, die nennen sich Rabbah. Dann haben wir Unterschiede entwickelt, auch in der Sprache. Ja, also jetzt, was passiert mit Glaubensprinzipien? Es war, also Judentum, die israelitische Religion, sagen wir so, und ich bitte um Verzeihung, wenn ich Judentum sage, weil zur biblischen Zeitung gab es noch kein Judentum, wie gesagt. Es war kein rabbinisches Judentum, es war eine israelitische Religion. Aber wenn ich hier und da das sage, dann bitte ich um Verzeihung. Die israelitische Religion war die erste Religion, die an einen Gott geglaubt hat. Und die Tora, die fünf Bücher Moses erzählen uns, dass Abraham war der erste Mann, der an einen Gott geglaubt hat. Und er hat das seinem Haushalt und danach seine Frau, seine Sklaven und so weiter und danach seine Kinder, also seinem Sohn Isaac mitgebracht. Die Bibel erzählt uns nicht genug, über was mit Ishmael und mit Hagar passiert ist. Wir haben nur einen Teil der Geschichte, aber sie auch haben an einen Gott geglaubt. Also sie gehörten zu diesem Rahmen von monotheistischer Religion. Da muss man aber sagen, dass die israelitische Religion zur Zeit der Tora war ganz anders. Also was wir lesen in der Tora, war diese Religion ganz anders als das Judentum, das wir heute kennen. Und sogar als Judentum, das wir später durch die Propheten kennenlernen. Weil in der Tora haben wir einen Gott, der ganz nahe ist an Menschen. Eigentlich gibt es eine Freundschaft zwischen Menschen und Gott. Und zum Beispiel Abraham hat, also er hat die, zum Beispiel, da sind zwei, drei Leute gekommen und sind zu ihm gekommen und wir wissen nicht, ob sie eine Manifestation von Gott waren oder waren sie Engel. Es ist ganz unklar, weil die Tora erzählt uns das nicht. Aber Abraham begrüßt sie, wascht ihre Füße, weil das sehr wichtig ist. Das ist ein Teil von Willkommen in der alten Zeit und gibt ihnen auch etwas vorbereitet, etwas für ihnen zu essen. Abraham hat auch einen Dialog mit Gott viel später. Und zum Beispiel sagt Gott, ich werde jetzt Sodom und Gomorra zerstören. Dann hat Abraham ein Gespräch mit Gott und sagt Abraham, also bitte Gott, wenn es 50 gerechte Leute dort sein werden, würdest du trotzdem Sodom und Gomorra zerstören? Und dann sagt Gott, nein, aber es gibt keine 50 und so weiter und so weiter. Bis am Ende kommen sie zur Zahl von zehn und man konnte keine zehn gerechten Leute in Sodom und Gomorra finden und da wurden diese zwei Städte zerstört. Aber Abraham war ein Gespräch mit Gott. Es war ein Dialog. Abraham konnte mit Gott reden. Danach sehen wir, da kommt die Bindung von Isaacs und wieder Gott ruft Abraham. Er sagt zu Abraham, bitte nimm deinen Sohn und bring ihn als Opfer zu mir. Und Abraham, eigentlich in diesem Fall gibt Abraham keine Antwort, macht Abraham keine Antwort. Aber wir haben das Gefühl, dass es wirklich eine ganz nahe Beziehung ist zwischen Abraham und Gott. Und wir sind sehr froh, dass in der letzten Minute hat Gott zu Abraham gesagt, nein, rühr deinen Sohn nicht an und bitte töte ihn nicht. Und das freut uns sehr. Und es freut mich sehr, weil jedes Jahr, wenn wir zum Neujahr kommen und wir diesen Teil lesen in unseren Neujahr Gottesdienste, dann muss ich etwas darüber predigen. Und es ist sehr schön, dass ich immer sagen kann, aber dieser wurde nicht getötet. Und das ist sehr wichtig. Und seit dieser Zeit, dann sehen wir ein Prinzip vom Judentum und das ist, dass man bringt keine menschlichen Opfer mit wieder. Also wir lesen nicht genau, ob vorher in der israelitischen Religion da menschliche Menschen als Opfer gebracht wurden. Aber wir wissen, das war ein Teil von Kulturen ringsherum. Und hier haben wir ein neues Prinzip, das kommt von dieser Geschichte, dass wir haben kein Menschenopfer. Okay, dann später, dann entwickelt sich die Beziehung zwischen Israel und Gott. Und wir haben, letztendlich haben wir Israel in Ägypten und irgendwann kommt Moses und wird die Israeliten retten. Moses ist schon ganz klar, gehört zur israelitischen Religion, obwohl er im Haus von der ägyptischen Prinzessin aufgewachsen ist. Und das ist auch eine sehr interessante Geschichte, wie er trotzdem zur israelitischen Religion gehört, aber das gehört nicht hier in diesem Moment. Aber Moses hat ein Dialog, ein Gespräch mit Gott, noch enger als Abraham eigentlich. So viel, zum Beispiel, manchmal ist Gott sehr wütend mit den Israeliten und sagt, jetzt werde ich alle zerstören und dich, Moses, mache ich zu einem großen Volk. Und Moses sagt zu Gott, aber Gott, das kannst du nicht machen. Was werden andere Völker darüber denken? Das ist der Niveau vom Gespräch. Dieser Niveau erreichen wir nie wieder. Und die Beziehung zwischen Gott und Menschen wird weniger und weniger eng. Und Gott und Menschen sind weit auseinander. Und dann kommen wir, wenn wir zu Propheten kommen, die Propheten haben nie diese persönliche Beziehung mit Gott. Aber die Propheten bringen das Wort Gott und wir glauben daran, dass es war irgendwelche Offenbarung. Aber nicht, dass Gott ihnen das direkt sagt, sondern dass Gott in einen Traum kommt oder irgendwie bekommen sie diese Nachricht. Und sie können Gott nicht antworten. Sie haben nicht die Möglichkeit mehr mit Gott zu sprechen. Aber an diese Offenbarung glauben wir. Und dann kommt die interessante Frage, dass wir inzwischen verschiedene Spaltungen im Judentum haben. Ist die Offenbarung wirklich das Wort Gottes oder nicht? Und es gibt Leute, die sagen, dass es ist. Und es gibt andere, die glauben, dass es nicht so genau das Wort Gott ist, sondern es ist, wie die Propheten das verstanden haben. Und haben wir noch immer Offenbarung? Und das ist eine sehr interessante Frage, weil, wie gesagt, wir haben jetzt Judentum. Wir haben die alten Propheten, die zur Zeit des Tempels oder die beiden Tempel gelebt haben, sind nicht mehr mit uns. Und dann kommt die Frage, was bedeutet für uns Offenbarung? Und wir können viele Leute sagen, heutzutage und hauptsächlich im nicht-orthodoxen Judentum, im progressives Judentum, dass eigentlich die Offenbarung Gottes ist, was wir in uns spüren, die Gefühle, die wir haben. Und dass die Offenbarung ist, dass Gott zeigt uns den richtigen Weg, wer wir uns benehmen sollen. Aber nicht auf eine persönliche Ebene. Es gibt viele Leute, die sagen, Gott ist in mir drinnen, das sind sehr viele Rabbiner. Und selbstverständlich sagen jetzt alle, dass Gott überall auch ist und nicht nur in einem Ort. Die Sache mit dem Judentum ist, dass wir haben, wie gesagt, keine Glaubensprinzipien außer einem und das ist, dass es nur einen Gott gibt. Und das wird betont in Worte von der Schma. Stattdessen haben wir sehr viele Regeln, mit Wort, sagen wir so, die wir erhalten müssen. Und ich glaube, dass Maimonides hat irgendwann versucht, die zu zählen und hat gesagt, es gibt 613. Ob es wirklich 613 gibt oder nicht, bin ich nicht sicher. Und sowieso sind mindestens so zwei Drittel davon haben mit Dienst im Tempel zu tun. Also die folgen wir selbstverständlich nicht mehr. Aber trotzdem haben wir sehr viele mit Wort, die wir erfüllen müssen. Und was sind die? Diese Regeln, diese Gesetze, die wir folgen, haben zu tun, wie wir uns mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit Tieren und der ganzen Welt umgehen und selbstverständlich auch mit dem Klima und so weiter. Also die Welt. Also Menschen, Tieren, die Welt, das ist nicht, sie sind nicht getrennt. Wir müssen uns gut mit allen umgehen und wir müssen darüber nachdenken. Wir reden sehr oft über normatives Judentum. Das bedeutet, wir sagen das sehr oft. Verstehen wir Sachen, die Mehrheit von Juden werden das so akzeptieren. Aber eigentlich gibt es kein normatives Judentum und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Glaubensprinzipien für unterschiedliche Menschen. Also zum Beispiel, die große Frage, die man mich immer fragt, ist, glauben Gott an gelben Juden, an Leben nach dem Tod, an Auferstehung, an etwas, das passiert. Und die einfache Antwort ist, ich kann nichts sagen. Das hängt davon ab. Wenn ich mit zwei Juden in einem Zimmer sitze, dann haben wir mindestens drei Meinungen, drei oder vier Meinungen unter uns, über was, wie man diese Frage antwortet. Glauben Juden an der Hölle oder an Paradies? Ebenfalls, es ist sehr schwer zu antworten, aber prinzipiell, in der Tora gibt es keine Hölle. Es gibt ein Paradies, aber zum Paradies können wir nicht mehr zurück, sowieso. Und dann kommt eine interessante Frage, was sagt der Midrash? Das sind Erzählungen über die Texte. Was sagt der Midrash? Und da kommen wir zurück zum Paradies. Aber das gehört nicht zu, würde ich sagen, normativen Judentum. Oder was wir heute diskutieren, weil das ist dann, Exegete und solche Sachen sind sehr faszinierend, aber nicht von allen Leuten akzeptiert. Aber die Sache ist, die Sache ist, dass wir haben kein Glauben in Hölle. Also das bedeutet, dass wenn wir über Gott denken und wir denken, wird Gott uns einen Lohn geben, wenn wir an Gott glauben, wenn wir machen, was Gott sagt, ist die Antwort wieder, das hängt davon ab, mit wem ich rede. Aber es gibt viele Juden, die werden sagen, eigentlich nicht. Der Lohn kommt vielleicht von uns, wie wir es sehen. Gut. Ich glaube, ich hoffe, ich bin nicht über meine Zeit gegangen, möchte ich nur noch zwei Sachen, eine kurze Sache erzählen. Wir haben einen Tag, der sehr wichtig für uns ist, das ist im Neujahr und das Haid Jom Kippur. Das ist der Tag der Versöhnung. Was machen wir da? Was machen wir da? Und es ist sehr interessant, weil was wir machen für 25 Stunden oder 25 Stunden, wir stehen vor Gott und wir sagen, Gott, bitte verzeih uns. Für was? Für alle unsere Sünden im voriges Jahr. Aber das Interessante ist, dass vorher müssen wir um Verzeihung zu anderen Menschen gehen. Wir müssen sie bitten, dass sie uns verzeihen, wenn wir etwas Falsches gemacht haben und noch vorher müssen wir über uns selbst denken, was haben wir falsch gemacht? Wie können wir uns selbst ändern für das nächste Jahr und auch, was haben wir gut getan? Und wir glauben daran und nicht alle, selbstverständlich, aber sehr viele Juden akzeptieren das, dass zur Zeit Jom Kippur wird Gott uns nicht hören können, wenn wir nicht vorher unser Frieden mit anderen Leuten gemacht haben, wenn wir nicht vorher zu anderen Leuten gegangen sind und gesagt haben, schau, bitte, ich habe dir etwas, ich habe dir wehgetan, ich habe etwas Falsches getan, ich bitte um Verzeihung. Und ich glaube, dass diese Idee, dass Menschen sehr wichtig sind, das ist eins, das wir sehr oft im Judentum finden. Es gibt selbstverständlich viel, viel mehr zu sagen, aber vielleicht, wenn Fragen kommen, dann kann ich etwas mehr danach sagen. Vielen, vielen Dank, Sie haben uns sehr schönen Vorgaben gegeben, also was für Sie wichtig ist. Danke mal, wir gehen dann weiter zur christlichen Theologin, einfach in der Chronologie ist jetzt die nächste. Ja, bitte. Hören Sie mich ganz gut? Ja, super. Ja, wie gesagt, ich bin systematische Theologin und manchmal bin ich so ein bisschen versucht, dann etwas zu kompliziert zu werden, aber wir haben ja dann die Gesprächsmöglichkeit, wenn ich das bin. und nachdem die Frage, die mir gestellt worden ist, eine eigentlich sehr persönliche war, wie ich meinen Glauben verstehe, denn ja, das Herz dieses Glaubens möchte ich auch mit einer, quasi mit eigentlich zwei persönlichen Einstiegen beginnen. Etwas, das mich sehr beschäftigt, eigentlich immer noch, sind meine ersten Tage im Theologiestudium damals in Wien und meine zwei Kommilitoninnen, mit denen ich damals viel unterwegs war, haben mich einfach so beiläufig gefragt, so ganz, ja, normal, und Michaela, kommst du auch aus einer sehr gläubigen Familie? Und ich denke mir, okay, eigentlich sind wir ganz normal zu Hause und nicht irgendwie besonders spirituell oder besonders irgendwie, ja, wie auch immer. Also, und das hat mich, im Grunde beschäftigt es mich bis heute, also wie fromm muss ich sein, was ist das Kriterium dafür gut genug zu sein und was das heißt ist eigentlich gläubig sein oder, ja, was ist quasi dann genug, dass man sich als Christin bezeichnen darf oder irgendwie Theologie studieren darf, unter Anführungszeichen. Denn bei mir, ja, in meiner Heimat-Pfarrer, da war man halt einfach wie man ist, da für die einen war halt der Rosenrand sehr wichtig, für die anderen, die anderen hat man nur hier und da in der Messe gesehen, manche sind eingefleischte Radio-Maria-Fans, die anderen können damit gar nichts anfangen, aber irgendwo so eine Art Glaubens-Check, so, wie hältst du es jetzt damit, bist du fromm genug, gab es eigentlich nie und daher diese Frage so ganz aus heiterem Himmel und das einzige Kriterium, das es immer gab und bis heute eigentlich gibt, ist, es ist kein Platz für Fanatismus und damit ist gemeint, kein Platz, die für Positionen, die anderen absprechen, nicht gut genug zu sein oder zu wenig zu sein, nur weil man selbst für sich beansprucht, irgendwie der Wahre oder die Wahre zu sein und daher hat mich diese Frage sehr verstört und beschäftigt mich eben bis heute sehr, was ist genug? Ein paar Jahre später war ich dann in Birmingham und war dort in meinem Umfeld manchmal die einzige Christin und in meiner WG zwei Chinesinnen auch gewohnt und eines Tages hat mich meine Kollegin dann gefragt, so in der Küche, so nebenbei, ja Michael, was magst eigentlich du da in Birmingham? Ja, ich studiere Theologie und dann schaut sie mich an, das ist das mit den Steinen, oder? Und ich habe immer, okay, was sage ich denn jetzt drauf? Irgendwie so in der Archäologie vielleicht ein bisschen Steine oder naja und dann sage ich, nein, eigentlich das mit Gott oder so und dann schaut sie mich wieder so an und sagt, Gott, was ist denn das bitte? Also jetzt auf Englisch so, what do you mean by that? Gott? Okay, jetzt wird es schwierig, also was erkläre ich denn jetzt, was ich da eigentlich mache und irgendwie nicht nur studiere, sondern auch irgendwie lebe oder so. Also was tut man, wenn man beim Gespräch nicht, also auch ja der Begriff Gott irgendwie nichts ist, nicht einmal irgendwie Bedeutung verloren hat, sondern vielleicht nie da war und das ist sehr herausfordernd und wir leben glaube ich zusehends ja in einer, in Gesellschaften, wo das auch so ist, also dass Gott nicht einfach nur verloren ist, wo vielleicht noch zumindest eine Hülle da ist, sondern wo das völlig weg ist und diese zwei ja Begegnungen trägen mich in meinem Verständnis und auch von Glaube und auch in meiner täglichen Arbeit, wo ich ja Fundamentaltheologin bin und meine Aufgabe ist, Glauben vernünftig zu begründen, ins Gespräch zu kommen. Ich sage manchmal, ich bin die Außenministerin und ja, deren Aufgabe es ist, ins Gespräch zu kommen mit den unterschiedlichen Positionen, Gruppen, Menschen und so weiter. Nun, was ist Glaube dann also für mich? Ich glaube, für mich ist Glaube ein tiefes Vertrauen, dass die Welt und alles Leben in ihr getragen ist von Gott, dem Lebendigen, der sich in und durch die Geschichte hindurch immer wieder dem Menschen zeigt, mit Menschen in Beziehung tritt, und von dem die Schrift Zeugnis ablegt, insbesondere von diesem Beziehungsgeschehen und Begegnungsgeschehen zwischen Gott und Mensch. Und dieser Glaube an Gott, den Lebendigen, der verbindet mich auch dann mit einer Gemeinschaft, in der Reden, Tun und Nachdenken über die Jahrhunderte Traditionen, Lehrpositionen entstanden sind und auch verbindliche Lehrtraditionen entstanden sind, die man dann Dogmen nennt. Und die man aus meiner Sicht als vielleicht auch Leitplanken verstehen kann. Also wenn man darüber hinausgeht, dann wird es gefährlich, quasi in Abgründe zu gehen. Und zu Glaube gehört für mich auch, oder ja, gehört aus christlicher Perspektive, aus meiner Perspektive, gehören auch wesentlich Rituale dazu oder besonders Sakramente im Katholischen, nämlich sieben Sakramente, die ich verstehe als Kristallisationspunkte oder als Knotenpunkte im Netzwerk des Lebens und des Glaubens. Also Leben und Glauben, das gehört für mich ganz eng zusammen. Quasi, ja, in denen sich etwas ganz besonders verdichtet in Taufe, in Eucharistiefeier, das sind Feiern Feiern der Gemeinschaft, aber auch Feiern, in denen Gemeinschaft auch immer wieder neu entsteht und neu bestärkt wird, wo wir feiern, was wir glauben eigentlich, also quasi die Überzeugungen, die Glaubensüberzeugungen, aber auch wozu wir gerufen sind, wie wir in dieser Welt leben sollen, also die entsprechende Ethik und Praxis, also Weltanschauung, Glaubensüberzeugung und Handeln die entsprechende Ethik, die sind eng miteinander verbunden. Dazu möchte ich dann ein bisschen mehr noch sagen später zu dieser Verbindung. Und zu Glauben gehört aber nicht nur quasi dieser Höhepunkt oder diese wiederkehrenden Höhepunkte der Rituale, die besondere Brennpunkte sind oder besondere Kristallisationspunkte, sondern auch die Gestaltung des Alltags auf je eigene Art und Weise die Einbettung des Glaubens in das, was ich bin. Und indem ich zum Beispiel manchmal eine Kerze anzünde oder einfach nur ein Wort, ein Gedanke oder wenn ich mit den Kindern lese und manchmal auch diskutiere und meine Tochter dann sagt, Mama, ich will den lieben Gott aber ganz sehen, bitte, wie geht das jetzt? Und ich denke mir, okay, wie erkläre ich das jetzt bitte? Dass das vielleicht nicht ganz so leicht ist, dann letztens haben wir eine gute Lösung gefunden mit Elia, also jetzt probieren wir das einmal so, eine Annäherung. Und zu diesen Diskussionen und Auseinandersetzungen gehören natürlich auch Momente des Zweifelns und des Haderns und das ist für mich etwas, das sehr stark auch zum Glauben dazu gehört. Glaube ist nicht eine Sicherheitsmauer gegen alles, sondern wenn unser Thema ist, was ist wirklich wichtig, dann gehört zu diesem Erkennensprozess, was wirklich wichtig ist, auch dazu, ja, in Konflikten, Auseinandersetzungen, in Krisen loslassen zu können, was eigentlich nicht ganz so wichtig ist. Und für mich ein sehr wichtiges Bild hier geworden ist irgendwie so der Drachentöter. Das klingt ein wenig schräg, aber wenn ich an Siegfried denke, Siegfried, der Drachentöter, der sich absolut schützen will gegen jede Anfrage, gegen jede Krise, gegen alles und dazu den Drachen tötet und in seinem Blut auch noch badet. Und dann, so als Gegenmodell dazu, zum Beispiel die heilige Margareta von Tarascon in Frankreich, die auch gegen ein Ungeheuer kämpfen soll, unter anderem Zeichen, das Flussungeheuer. Und Martha tötet den Drachen aber nicht. Sie zähmt ihn, indem sie singt für ihn und indem sie Musik für ihn macht. Und das gefällt dem Drachen so wunderbar, dass er irgendwann dann wie ein braver Welpe mit ihr mitspaziert. Aber die Geschichte geht leider tragisch aus, denn die Menschen in der Stadt können das nicht annehmen, dass man den Drachen nicht töten muss, sondern mit ihm umgehen lernen muss. Und das führt mich zu einem Kriterium des Glaubens, das ich sehr wichtig finde. Glaube sollte zum Zähmen des Drachen befähigen, nicht zum Vernichten eines anderen oder einer Anfrage, sondern zur Beziehung und zum Umgang mit Ambivalenzen. Der Glaube, das Drachentöter, der tötet, er beruht, glaube ich, auf der Angst, dass mir das Anfragen mich selbst in Frage stellen würden und setzt letztlich auf ein Verständnis von totaler Macht und dieser Glaube der Drachentöter mündet immer wieder neu in Gewalt, während Glaubensformen, wie sie so in Martha, der Drachentzähmerin präsent sind, zur Beziehung befähigen und zugleich auch sehr gefährlich sind für jene, die es wagen, denn für den gezähmten Drachen geht es leider auch nicht gut aus in den Bedingungen dieser gewaltgeprägten Welt. Also Hadern und Zweifeln, ein Umgang mit Ambivalenzen, der mir sehr wichtig erscheint im Glauben. Und zu diesem Hadern gehört auch eben diese Frage vom Eingang, ist es gut genug, ist es genug, wie ich glaube und lebe ich es quasi streng genug? Und ich glaube, diese Frage beschäftigt nicht nur mich seit dem ersten Semester spätestens, sondern viele von uns und ich glaube, die Antwort darauf ist, es ist nie gut genug, nie, denn in unserer menschlichen Leistungslogik und die manchmal auch Besitz von Religion ergreift, glauben, ja, glaubt man sehr oft, es muss noch mehr sein und damit bin ich aber auch beim Herzen, oder was ich als einen Herz, Herzenspunkt, christlichen Glauben sehe, nämlich dieser Satz aus dem Johannesprolog und das Wort ist Fleisch geworden, kein Logos Sachs egeneto, das ist der Satz, der mir sehr wichtig ist, so sehr hat Gott geliebt, dass er radikal in diese Welt eingegangen ist, ohne aber in ihr aufzugehen, also intensivst in Beziehung zu treten mit den Menschen und das geschieht ohne Vorleistung, er hat nicht gefragt, warst du auch gut genug, sondern es geschieht eben aus Gnade, wie man dann sagt, in Freiheit und dieses freie in Beziehung Treten Gottes mit den Menschen, glaube ich, sieht man quer durch die Schrift hindurch und dann durch die Geschichte hindurch eben, dass Gott einer ist, der nicht auf Leistung setzt oder auf unverwundbare Superhelden sondern auf Menschen in all ihrer Präkarität und in ihren Abgründen und kein Prophet, keine Prophetin, kein Matriarch, keine Matriarchin, kein Patriarch, niemand von denen war irgendein Ort von Superhero à la Herkules, der da mal drüber fährt, sondern sie alle haben ihre Schwächen und gerade indem sie einen guten Umgang mit ihren Schwächen und Abgründen finden, erleben sie diese Beziehungsfähigkeit mit Gott und Mensch exemplarisch vor und als Christin glaube ich jetzt, dass Gott in intensivster Form in Jesus von Nazareth in Beziehung mit dem Menschen tritt und dass mit der Geburt im Stall ein neues Beziehungsangebot gesetzt wurde, dass andere Beziehungsangebote nicht in Abrede stellt oder gar brechen würde, sondern es ist eben ein neues Beziehungsangebot das sagt kommt zu mir ich bin mitten unter euch nicht in einem Palast sondern im kleinen Bethlehem mitten im nirgendwo wirklich nirgendwo und dieser Jesus von Nazareth lebt und redet und handelt aber so intensiv anziehungsfähig dass immer mehr Menschen davon überzeugt sind da ist ein bisschen mehr am Werk und hier scheint uns Gott selbst am Werk und ich sehe alle Theologie die danach entsteht und auch alle Tradition die danach entsteht als einen Versuch dieses Geschehen zu verstehen das Zeugnis das dann die Jüngerinnen und Jünger geben zu verstehen in eine rationale Form zu bringen in eine Kommunikationsform zu bringen die Menschen immer wieder neu zugänglich macht wer dieser Gott der lebendige Gott ist und in unserem Feiern wird das immer wieder neu aktualisiert und besonders intensiv eben zum Beispiel in der sonntäglichen in der Eucharistie Feier wo ja wo zum Beispiel Augustinus dann gesagt hat werdet was ihr seht empfangt was ihr seid leib Christi und ich lese das so in jeder Eucharistie Feier wird dieses freie Liebesgeschehen dieses Beziehungsgeschehen gegenwärtig und zugleich ist damit aber der Auftrag verbunden macht es ebenso handelt entsprechend dieser freien Liebestat Gottes in der Welt in der Welt werdet so zu wahren Menschen im Grunde und sehr schön fasst es für mich zusammen ein Gedicht von Hub Osterhuys dem Niederländer der sagt wer hier zu dieser Stunde seine offene Hand hinhält Brot nimmt und isst sagt damit dass er eine neue Welt will wo Brot und Freiheit ist für alle Menschen und das ist was ganz Entscheidendes Christin bin ich nicht für mich allein oder nur für mich oder das sondern es ist der Auftrag mit allen in Beziehung zu treten mit der gesamten Welt oder man kann es auch kosmisch weiten so wie laudert das ist das heißt diese Menschwerdung Gottes als intensivste Beziehungstat Gottes ist die Einladung tretet auch ihr in Beziehung zueinander werdet füreinander Brot werdet einander zur Freiheit und das heißt ich kann nicht Christin sein ohne den Anderen und das ist eigentlich mein letzter Punkt was heißt Christin sein in Beziehung alle mystischen Wege in den Religionen verbindet die Sehnsucht nach der Einheit nach der Einheit mit dem Göttlichen und diese Einheit ist nicht ohne den Anderen zu finden und erst letztlich im Esrodon in der Vollendung zu erhoffen und wenn ich sage christlich Glauben heißt nicht ohne dich glauben dann bringt es zum Ausdruck dass ganz wesentlich einmal christlicher Glaube im Jüdischen Wurzelt also bei Paulus heißt es ja die Wurzel trägt dich und alle großen die unsere drei großen Traditionen Juden und Christen und Islam haben seit der Spätantike ein konfliktives aber auch ein produktives Miteinander das auf vielfältige Weise untereinander verschränkt ist und ich kann nicht Christin sein ohne mich positiv auf die jüdische und die muslimische Tradition und jüdischen und muslimischen Glauben zu beziehen und im kritischen Gespräch auch mit und voneinander zu lernen und besonders schön erlebe ich das zum Beispiel beim Scriptural Reasoning wo mir dann mitunter mein muslimischer Kollege erklärt nein Christus das schaut ein bisschen so aus du musst genauer hinschauen ich sehe das so oder meine jüdischen Freundin dann sagt naja nein so nicht ich sehe das ganz anders und dann kann ich sagen naja nehme ich mir vielleicht immer mit manchmal braucht man ein bisschen länger und manchmal muss man auch sagen nein kann ich leider nicht mit und genauso darf ich aber das darin sagen und der Gründer Peter Oaks sagt ja Scripture Reasoning heißt from heart to heart also vom Feuerplatz vom Kamin zum Kamin zueinander sprechen einander zu wärmen einander zu nähern und dann wieder wieder zu gehen und in der Welt zu wirken also ich sehe das im schönsten und im besten Fall als ein im Vertrauen mit und aneinander werden und Vertrauen damit sind wir schon an einem schwierigen Punkt denn wir leben leider in einer Welt wo dieses Vertrauen nicht immer so leicht ist was tue ich wenn ich in einer Welt oder in einer Umgebung lebe wo ich quasi eben nichts lebe oder letztens hatte einen Studenten bei mir zu Gast und sagte ich habe jetzt gearbeitet in einem Umfeld wo keine Gesellschaft mehr vorhanden ist wo nur noch Gewalt ist wie soll da noch Gespräch möglich sein wie können wir überhaupt so etwas aufbauen und dann blicke ich zu den Propheten oder die dann sagen gerade in dieser Vernichtung oder im Angesicht der Apokalypse muss ich trotzdem hoffnungsvoll ja sagen ein Bäumchen pflanzen eine Blume sehen quasi jesuitisch heißt es dann contra agare das andere sehen und ja im Angesicht der Verzweiflung trotzdem ja sagen und es versuchen weiterzugehen und die letzte Frage war ja was ich vermisse bei mir ist schon manches angesprochen worden nämlich die schiefen Wände des Lehrhauses also wenn Frau wenn Iris vorhin gesagt hatte wenn sich zwei Juden treffen dann sind drei Meinungen da das vermisse ich manchmal im Katholischen muss ich ehrlich sagen wirklich also diesen Austausch und auch den Mut zum Widerspruch und dass dieser Widerspruch jetzt nichts Schlimmes ist oder nichts Böswilliges sondern dass man gerade in widerstreitenden Lehrmeinungen und Positionen etwas Wertvolles entdecken kann vielleicht nicht heute aber dass vielleicht eine Zeit kommen kann in der gerade diese heute so widersinnig scheinende Position uns etwas Wichtiges zu sagen hat und dass die Archive die wir aufbewahren also die Tradition die wir schreiben auch etwas für das Morgen mitbringen soll das uns heute so eigenartig scheint also die Wertschätzung des Streitgesprächs des guten Streitgesprächs und das andere lasse ich für das Gespräch Ja auch Ihnen ganz ganz herzlichen Dank es ist so wunderbar weitergegangen wie es begonnen hat und ich freue mich jetzt auf die Frau Dr. Woher Gege die Jüngste sozusagen von der Geburt ihrer Religion dass sie uns etwas von ihren Herzstück erzählen Ja vielen herzlichen Dank so Betonen auf Jüngste in der Religion jetzt nicht Jüngste in meiner Person das stimmt gar nicht ich kann natürlich wenn man dann so jetzt Jüngste Religion ist wie ich dann so aufmerksam zugehört habe kann ich dann sagen habe ich mich in viele Aussagen von Ihnen beiden wieder gefunden und das zeigt auch dass wir diese Wurzel die Sie auch genannt haben Frau Neulinge dass da tatsächlich diese Wurzel ist die dann uns allen trägt und das ist sehr schade dass manchmal diese Wurzel außer Acht gelassen wird und jeder meint ja das ist dann nur meine Religion das richtig ist und der andere nicht wir sollten ja auch persönlich dann etwas sagen oder beginnen und ich denke dass dann die Religion der Glaube ist ja etwas was dann so sehr emotional und biografisch ist wie man dann damit aufgewachsen ist wie man das dann so in der Wiege mitbekommen hat und wie man dann zurückdenkt ob man erschreckend ist was was man so in der Wiege bekommen hat oder ist es dann tatsächlich etwas positives ich bin in Teheran aufgewachsen und in eine sehr religiös konservative Familie religiös konservativ und trotzdem habe ich mich immer liebevoll und aufgehoben gefühlt hat man natürlich im Pubertätalter natürlich auch ja Widerstände gegen bestehende Erziehungsmethode der Mutter muss ich dann hier sagen der Mutter weil mein Vater verstorben ist als ich zwei Jahre alt war das heißt meine Erziehung war mehr dann so mit meiner Mutter und dennoch habe ich mich immer gut aufgehoben und in Sicherheit gefühlt und das ist etwas das auch sehr stark obwohl ich damals einen Gott kennengelernt habe der ja aufpasst ob ich was Gutes oder was Schlechtes tue und schreibt alles auf und ich werde dann am jüngsten Tag vor Gott stehen und dafür Verantwortung tragen diesen Gott habe ich dann so in meinen Lebenserfahrungen verlassen und bin dann zu einem anderen Gott gekommen der mich dann da auch tatsächlich so trägt wie ich bin und das ist etwas was dann vielleicht auch in diese konservative Erziehungsmethode einiges dabei war dass auch diese Vertrauen in mich doch erzeugt und auch die Möglichkeit gegeben hat dass es das entwickelt für mich ist der Glaube Vertrauen sich in Vertrauen in Gottes Hand zu geben und für mich ist es ganz wichtig ein Vers aus dem Koran in dem Gott dann so seine Nähe zu Menschen in der Form ausdrückt ich bin euch näher als eure Halsschlagader ruft mich ich bin da und dieses Vertrauen dass dieser Gott da ist und egal wie ich bin er hat nicht gesagt oh du gute Mensch ruf mich ich bin da sondern wirklich zu allen Menschen gesprochen und seine Nähe dieses Bild dass er uns näher ist als unsere Halsschlagader ist ein sehr starkes Bild das von einem Gott spricht der mit seiner Barmherzigkeit die Menschen begleitet und es ist ein Gott der auch geduldig ist es ist ein Gott der aushalten kann wenn man mal zornig ist wenn man mal Fragen hat wenn man am Ende der Kräfte ist und meint es geht nicht mehr weiter und das ist was wir auch durch die Erzählungen im Koran sie haben von Abraham gesprochen und dieses Abraham Bild ist auch im Koran Abraham als auserwählter Gottes in der islamischen Tradition als Prophet nicht ein gewesen der gesagt ist alles gut ich mache alles was du willst sondern er hat auch mit Gott gehadert hat Gott gefragt und ich finde eine Stelle im zweiten Surah im Koran wo über Tod und dann wieder lebendig machen die Rede ist und Abraham sagt zu Gott zeig mir wie du dann die Toten wieder lebendig machst und Gott antwortet glaubst du nicht Abraham sagt doch glaubst du nicht dass ich das kann Abraham antwortet ich glaube das aber ich möchte dass mein Herz beruhigt ist das heißt auch in seinem Herzen ist es ein Platz gewesen für Zweifel ein Platz gewesen für etwas was er nicht verstehen kann und er hat durchaus die Möglichkeit und weiß dass Gott auch das aushalten kann und fragt ihm und will dann Antworten darauf haben und das ist ein Gott das mich dann jetzt seitdem ich das ist dann so etwas später als meine Jugendzeit gewesen dass ich dann wirklich mich damit auseinander gesetzt habe auch mit der Theologie dann auseinander gesetzt habe weil ich auch verstehen wollte warum dann so bestimmte Gebote gibt warum dann so bestimmte Rituale gibt ob dann diese fünfmalige Gebete am Tag dafür ist dass man dass Gott dann die Menschen ärgern wollte dass sie dann jetzt fünfmal am Tag sich vorbereiten und vor ihm stehen und beten oder hat dann das Gebet tatsächlich auch eine andere Bedeutung für Menschen und das sind Dinge die ich dann durch Theologiestudium dann viel tiefer hineingegangen bin und so trage und fühle ich mich dann noch gestärkt viel gestärkt in in diesem Vertrauen in Gott und in Vertrauen auch besonders in sehr schwierige Situationen ob dann so schwierige Situationen in persönlichen Leben sind oder schwierige Situationen wie dann Krisensituationen wie dann schrecklich wir diese Tage auch erleben dass man zornig ist dass man traurig ist und dass man in diese schlimmsten Zeiten jede Form von Hoffnung verliert und hilflos ist weil man nicht weiß was man machen kann um die Situation zu ändern und das ist dann diese tiefsten innere Zuversicht dass es doch irgendwann gut wird wenn auch nicht so jetzt gleich und wenn auch im Leben immer wieder Situationen sind dass man doch wieder zurückgeworfen wird aber diese tiefe Zuversicht dass es doch besser wird oder gut wird und es lohnt sich dafür auch etwas tun und nicht nur es lohnt sich sondern das verstehe ich auch im islamischen Menschenbild das ist sogar die Aufgabe der Menschen dafür zu arbeiten also dieses Vertrauen in Gott bedeutet nicht dass man sich zurücklehnt und sagt ja Gott macht das sondern wir als mit der islamische Begriff gesprochen als Stadthalter Gottes auf diese Welt auch die Aufgabe haben dafür zu arbeiten und das ist etwas was auch in den Ritualen im Islam für mich ganz wichtig sind diese Gebete im Koran steht dann immer im Zusammenhang mit dem Begriff Sakkat diese Abgabe an bedürftigen Menschen und das ist dann symbolisch es geht nicht nur um materielle Abgabe an Menschen die schon an gewissen Teil festgelegt ist einfach diese Zuwendung zu anderen Menschen dass man sich dann doch die Anliegen der Menschen annimmt dass man dann sich interessiert zeigt für die Anliegen der Menschen und auch wenn da Hilfe gebraucht ist dass man auch den Menschen hilft diese beide Aspekte und ich interpretiere das so dass dann das das Gebet ist es dann diese Dankbarkeit gegenüber Gott zu zeigen diese fünfmalige Gebete am Tag bedeutet ja für mich den Tag immer wieder unterbrechen und sich dann so paar Minuten darauf konzentrieren an was glaube ich Gebet ist ja ein Zwiegespräch zwischen Mensch und Gott und was ist dann so jetzt mein Leben was habe ich dann an diesem Tag gemacht das sind dann wirklich so paar Minuten die die zurück nimmt und auch das Tagesgeschehen ein wenig ruhen lässt und dann intensiv sich mit Gott beschäftigt und zugleich dann mit sich selbst beschäftigt und dann gleichzeitig sagt dann wenn dann diese beiden Begriffe nebeneinander stehen das heißt Sakat diese Abgabe an Bedürftigen ist es auch der Dankbarkeit gegenüber Gott nicht nur zeigen sondern Dankbarkeit in der Form zeigen dass man für das was man von Gott bekommen hat auch abgibt Teil davon abgibt weil dann so von vornherein auch andere Menschen vor allem Menschen die sich selbst nicht versorgen können es ist nicht jetzt ein Wohltat der man macht weil man ein guter Mensch ist sondern von vornherein haben die Menschen die in der Gesellschaft bedürftig sind ein Recht etwas zu bekommen von der Gesellschaft von Menschen damit sie auch versorgt werden das heißt diese sehr starke Beziehung zwischen Beziehungen zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch ist dann durch die Rituale in der islamischen Tradition sehr wichtig und auch immer wieder zu treffen mit allen Ritualen die die wir auch haben ich habe dann auch weil gerade vielleicht ist das etwas was dann so ja gibt es ja Bilder vom Islam die dann manchmal sehr schief sind oder für mich sehr schief sind möchte ich dann extra dann betonen das ist dann nicht nur Männer im Koran sind die mit Gott hadern oder Gott an sie denkt und mit ihnen spricht sondern auch Frauen und das ist dann für mich ein starkes Zeichen auch dass im Koran Frauen in unterschiedliche Formen vorkommen nicht mit Namen das ist etwas was dann der Koran sehr marginal umgeht mit Namen und auch Namen der Orte das heißt die Erzählungen die wir im Koran haben die wir dann durchaus auch sind Erzählungen die wir zum Teil auch in der Bibel haben aber nicht so ausführlich wie in der Bibel wird im Koran erzählt sondern Aspekte der Erzählungen wird im Koran wiederholt oder anders erzählt und das ist dann auch ein Zeichen dafür dass dann der Koran sagt ihr kennt das ja weil ja auch diese Dialog mit Juden und Christen auch damals auf der arabischen Halbinsel vorhanden war dass man die Geschichten eigentlich kannte und musste dann jetzt nicht alles nochmal genannt werden und nicht so ausführlich sondern Aspekte und diese Aspekte ist es dann an die Frauen Mutter von Mose oder Schwester von Mose kommt im Koran vor und auch mit dem Begriff wie Gott sich den Propheten offenbart das heißt der Mutter von Mose als sie Mose diesem Fluss übergeben sollte bekommt dann von Gott eine direkte Ansprache dass sie nicht traurig sein soll sie wird dann das Kind wieder bekommen also das ist auch ein Zwiegespräch zwischen Frau und Gott und dann ist es auch groß ist es Maria natürlich im Koran und übrigens die einzige Frau die mit Namen im Koran erwähnt wird genannt wird wie sie dann auch emotional mit Gott mit Gesandter Gottes dann so ins Gespräch tritt und auch hadert damit was was für Schicksal hat dann Gott eigentlich für sie vorgesehen was hat er sich dabei gedacht oder auch Königin von Saba wird es dann im Koran erwähnt die dann zeitgleich wie Salomo gelebt hat als eine starke und gerechte Königin also das sind dann so Beispiele die dann leider auch unter den Muslimen selbst nicht immer so präsent sind weil sie kennen das auch meistens werden kommen in den Religionen vergessen und auch wenn dann so stark in der eigenen Tradition und auch im eigenen Buch steht ich habe dann eine ja was was mich dann jetzt persönlich mit dem Glauben und dann so interreligiöse wichtig ist mitzuteilen ich bin ich bin Teheran aufgewachsen in eine jüdische Viertel und dann hatten wir Armenier als Nachbar so Christen die dann im Iran leben sind dann mehr armenische Richtung als Nachbar gehabt und wir hatten nie miteinander Dialog geführt wir waren Nachbarn und Freunde und als ich nach Deutschland kam und ja hier lernen musste um miteinander gut zu leben müssen wir miteinander Dialog führen war sehr befremdlich für mich erstmal weil über den Glauben das ist ja etwas sehr Intimes gewesen für uns worüber man nicht unbedingt miteinander reden muss sondern einfach akzeptieren muss wie der andere die andere ist und wertschätzt dass wir dann so unterschiedlich sind und da denke ich etwas was wir für unsere gemeinsame leben hier in Deutschland auch oder jetzt Österreich sie sind natürlich sitzen in Österreich oder sage ich dann in Europa sehr stark brauchen nicht diese ja auseinander gehen und sagen du bist der und die und ich bin der und die und schon gar nicht in so eine Situation kommen um auch miteinander vergleichen wollen in dem Sinne welche ist besser welche ist schlechter sondern dass wir uns als Mensch uns gegenseitig wahr und ernst nehmen und dass wir dann gemeinsam gerade jetzt in unserer Zeit wir leben in einer sehr krisenreiche Zeit dass wir einander brauchen und dass wir dann gemeinsam die Traditionen die wir jetzt auch die drei die wir jetzt nebeneinander stellen sehr viel uns geben dass wir auch wirklich als Menschen zusammen kommen und miteinander für das Gute arbeiten ich fand es am Anfang auch sehr schön dass sie dann bei der Vorstellung von Frau Quas Neulinger gesagt haben dass sie dann scheinbar stark machen diese positiven Ressourcen die auch die Religionen sind und haben diese Potenziale die Religionen haben für das gute Zusammenleben ich denke das ist die Aufgabe oder das Gebot der Stunde dass wir alle gemeinsam daran arbeiten wir haben hier ich sitze in Hannover wir haben ein Haus der Religionen in Hannover und in diesem Haus ist auch die Aufgabe den Kinder und Jugendlichen es sind sehr viele Schulklassen die zu uns kommen vermitteln dass dann die Unterschiede diese Differenzen nichts Schlimmes sind ich finde es toll wenn sie sagen wenn zwei Juden zusammensitzen dann gibt es drei Meinungen das finde ich wunderbar weil das ist dann was uns dann was auch der Glaube Möglichkeit gibt sich zu entwickeln es ist nie nur eine Meinung gewesen was richtig ist das ist das nur was dann die extremisten und fundamentalisten sagen weil sie dadurch dann die andere unter sich stellen wollen aber aber diese unterschiedliche Meinungen und das ist auch was ich aus der islamischen früheren Traditionen sehr stark kenne dass sie miteinander gerungen haben miteinander gehadert haben um zu verstehen weil wenn wir sagen der Koran ist Wort Gottes kein Mensch kann sich anmaßen zu sagen ich weiß ganz genau was Gott uns mitteilen wollte nein es bleibt dann immer eingebettet in den Weltbilder die man hat Weltbilder siebte jahrhundert ist anders gewesen als heute und ist dann immer eingebettet in der persönlichen Lebenserfahrungen und das ist doch wunderbar wenn man dann die Möglichkeit hat miteinander zu diskutieren und ich schließe dann mit einem Vers aus dem Koran weil sie auch den Begriff Streitgespräch ins Spiel gebracht haben es gibt ein Vers im Koran in Surah 16 streitet miteinander in guter Art und Weise das ist ja auch in einem Kontext gewesen wo dann damalige Muslime und Juden und Christen die dann vor Ort waren miteinander auch diskutiert haben und da wird es dann in diesen Vers gesagt das ist gut redet miteinander solange man miteinander redet schlägt man nicht gegenseitig die Köpfe und dann auch in guter Art und Weise und ich finde es sehr wertvoll wenn wir sowohl in den Theologien als auch in unsere gesellschaftlichen Themen im guten Austausch miteinander kommen soweit von mir und ich hoffe dass wir jetzt auch in guten Austausch kommen